Könnte ich mich dran gewöhnen. Na schlecht wär das bestimmt nicht, denk ich ja. Na besser als Silbereisen und Volksmusik. Richtig. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen, der Marcel Davies der Volksmusik. Nicht schlimmer als Marcel Davies? Nein, die beiden sind gleich schlimm. Ich bin die Sardine, ihr die Dose, also macht euch nicht in die Hose. So, ein Schädelspalter und nochmal Headbanger. Und Legs. Sehr schön. So, Fanhymne. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich genau hier in diesem Kampf machen muss. Überleben? Eventuell. Nein, du musst sterben. Ganz eindeutig. Das Spiel an sich teilweise leckt und man nicht mehr schnell genug laufen kann manchmal. Dann musst du fliegen. Zu viele Gegner. Sorgen für Slowdowns. Dann zu so, als wäre das der Bullet-Effekt aus Radrex. Yeah! Was fällt keinem Zuschauer auf? Eventuell fällt es doch auf, keine Ahnung. Mein Merchandise stammt wieder an. Ich kann nicht hin. Weil ich schon alle Hände voll zu tun habe. Dann lass dir nur hier wachsen. Ich erschaffe einfach ein paar neue Soldaten, die machen dann schon da hin. Ich hoffe, es tut nichts. Ich bleib dabei, die Hände gefallen mir das auch. Ach Gott! Ich verstehe aber echt nicht, warum das Spiel gerade so langsam reagiert. Na, der ist ganz langsam. Ich kann mich nicht wirklich bewegen. Teilweise. Hm. Wahrscheinlich wirklich zu viele Geld noch. Schein! Okay. Ich kann mir nur sicher fliegen. Nee, das kann er ja auch noch. Was macht diese Braut? Tötet sie! Monatelang tümpeln sich rum und noch keines auf die Idee gekommen, den Kärmer zu heilen. Hm. So. Erstmal hier meine Truppen umkommandieren. Alter Sklaventreiber. Hier darf ich auch nicht. So. Zifft sich bei Death's Clutch mit mal los. Wie darf er was? Ich verstehe gerade echt nicht, was das Sinn dieser Mission ist. Na, wahrscheinlich einerseits die Leute aufhalten, wenn man bei dem alten sagt, du, äh, die Dings abholen, Lars. Ne, Lars ist ja entsprechend schon... ...tod. Hm, na ja. Nur... Scheiße! Ich frage mich... Ah, shit. Macht keine Gefangenen! Ich muss auf jeden Fall den Stand schützen. Ich weiß aber nicht, wo der Typ sein soll. Jetzt! Wer geht der? Oh shit. Ach du Scheiße. Hm? Wie viel Armee kommt. Oh oh. So sei es. Wir sollten den Tod nicht warten lassen. Nennennennennenn. Möp möp. Was zur Hölle? Eine schwule Biker-Gang. Ich habe gesagt, sie kommt wieder! Seid ihr die Tüten, die den General ermordet haben? Ganz genau. Verbrennt die anderen Figuren! Okay. Ich habe eine schwule Biker-Gang erhalten. Pfeier-Berbanz. 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 Okay, davon kann ich mir gleich mal ein paar schaffen. Okay. Auf in den Krieg! Auch wenn ich langsam bin. Ich hole mal einen Teufel, sonst wie ich zu planen sind hier. Oh man. Wie muss das aussehen? Krennig. Jaaaa! Schmeißen sie den Gegner Hardcore-mäßig mit Gänseblümchen. Ich weiß es nicht. Eventuell. Oh Gott. Auf jeden Fall werden Gegner überfahren. Mit Super High Speed! Hey! Er hat sich dran einen, der so ein Auto hat. Ja, das benutze ich schon. Jetzt auf jeden Fall. Ich... Die Gegner bekomme allein den meisten Schaden, wenn ich sie einfach überfahre! Was sag ich doch? So ein Auto auf dem Kopf ist nicht gut. Hopp. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich Gegner? Ja, könnte hinkommen. Die gerade gegen einen Headbanger kämpfen. Und ich fahre einfach hin und her einfach immer wieder drüber. Wunderbar. Überfahren. Ihr habt meinen Headbanger getötet. Ich muss sicherlich überfahren. Und dann tut ihr in der Kopf erst richtig weh. Ups. Das war falsch. Ich sollte nicht unbedingt aussteigen aus dem Teufel. Nicht so gut. Ah. Oh, meine komplette Armee ist kaputt. Ich hab schon zu viele Leute in meiner Crew. Ich hab schon zu viele Leute in meiner Crew. Oha. Ich hab schon zu viele Leute in meiner Crew. Ja, jetzt hab ich auch so gesehen einen meiner eigenen Männer überfahren. Hohoho. Ich bin die Heilköpfe. Du bist gefeuert. Können die Firebarons vielleicht mal ihren Arsch dort reinbewegen oder so? Alles in etwa dieser Richtung muss sterben. Oh, Arsch. Doch, mein Matsch. Ich stande nur. Niemals. T-Shirts. Fahr weg hier dran. Hättest du gerne. Da ist ein super Fahrzeug, das Super nicht kaputt gehen will. Da musst du super draufhauen. Du musst einfach die super Gesichtsschnelle. Tja. Der Gesichtsschnelle. Ich soll's heute echt nicht mehr sprechen langsam. Hehehehe. Und dich nirgends mehr hinlaufen. Merchandise stand kaputt gemacht. Nein. Meine Fans brauchen Merchandise. Billige T-Shirts made in Japan. Boah, ich werd zu baußen. Vom Boden und in der Luft angegriffen irgendwie. Ganz viele Firebarons sind wir jetzt überfahren. Juiiii. Und jetzt erstmal hier schnell wieder Merchandise-Stand erschaffen. Ja. Bütaler Sieg. Ah, okay. Ja, dann halt kein Merchandise-Stand mehr. Weiß der Teufel, wie er's geschafft hat. Ich hab chaotisch irgendwie gewonnen. Wie auch immer. Er hat cheatet. Er hat gewonnen. Mhm. Siehst du jetzt, wozu sie fähig ist? Sie hat Merchandise. Begreifst du es endlich? Die schwarzen Tränen sind die Quelle ihrer Macht. Aber das Meer der schwarzen Tränen wurde versiegelt. Für immer. Wo habt ihr gesteckt? Direkt nach Lionwhites Tod hat Doviculous das Meer geöffnet. Wir mussten weiter nach Norden, um von diesen düsteren Monstern wegzukommen. Doviculous? Warum? Um Menschen gegen Menschen zu hetzen. Damit sich der Aufstand von selbst erstickt. Erneut. Zeit zu verschwinden. Aber wohin sollen wir gehen? Zum Meer der schwarzen Tränen. Das ist Selbstmord. Können wir mit? Ja, wir sollen jetzt zum Meer der schwarzen Tränen. Ich werde mein Bestand. Oh, fahr dorthin, fahr da hin. Das ist wie damals bei Ponderosa Ranch. Hey, lass dir Zeit. Okay, wir sollen einen Weg finden, den Bus über die Schlucht zu kriegen. Ich finde eine Möglichkeit, den Bus über die Schlucht zu bekommen. Okay, da hinten. wir fahren los und überfahren Typen, die nicht überfahrbar sind und wir deswegen ganz weit weg fliegen ich hätte ne Idee, wir nehmen die ganzen Gegner, die wir getötet haben, kippen sie alle in die Schlucht und dann können wir über die Leichen fahren das ist eine sehr schöne Idee ich wusste, dass es dir gefällt Moment, da habe ich doch was gefunden, was ist denn da eine Straße eine Drachenstatue wurde geknebelt ah kann ich da irgendwas spielen Schlachtruf ich probiere es mal mit dem Schlachtruf, ich weiß gar nicht ob der da was bringt irgendwas ging da glaube ich ich weiß nur nicht mehr was bevor der Schlachtruf fast nicht er sagt einfach nur immer wieder gerne fahr ich einfach weiter ok, wo war es nochmal da drüben da ist ein Mammut WTF Mammut ich habe einen Mammut überfahren keine Ahnung die Mammuts sind aber friedlich die greifen mich nicht an, selbst wenn ich sie überfahre pff ich mache einen Schnitzel draus eventuell vielleicht schmeckt das sogar sicher, irgendwann schmeckt gut eine Brücke eine Brücke oder so oder so oder so die ist aber ziemlich ramponiert die Brücke hast du da schon mal irgendwas fabrikneues gesehen in der Welt ja das Auto bäh wuahaha ja ok mhm 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 ok so geht es anscheinlich Relikt Jäger Solo ok dann machen wir es mal Bäm Relikt Jäger Solo mhm 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 die Brücke baut sich wieder zusammen oh mein Gott buuuuuh Mammut kommen her ohne Ballgenehmigung geht nirgends mhm siehst du Mangus früher wussten die Leute handwerkliches Geschick noch zu schätzen und sieh nur sie wird bereits benutzt mhm etwas fährt um sein gegen was könnte das wohl sein Fans das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Auto mhm mhm wer könnte da wohl drin sitzen Täusche ich mich oder ist das Ophelia wollte gerade sagen hübsches Auto mit zwei hübschen Tippen sieht nur etwas anders aus jetzt äh du hast sie sitzen gelassen wahrscheinlich angepisst ich hab endlich mein eigenes Auto es hat einen speziellen Rücksitz nur für dich ein Leichenwagen ophelia was hast du getan weißt du nachdem du mir das Herz rausgerissen und mich zurückgelassen hast war ich echt ein bisschen down aber dann habe ich mich zusammen sie kommen dich mit dem Leichenwagen besuchen was sagt uns das sie hat ja vergeben mhm mhm oder auch nicht und ich habe all das genutzt was du mich gelehrt hast Eddie und du hast nicht so vieles gelehrt von dir weiß ich alles über Vertrauen Loyalität über Verrat und du hast mich die Macht der Musik gelehrt und du hast mich die Macht der Musik gelehrt hier kommt ein kleines Stück das dir todsicher gefaunt wird und sie hat die eigene Gitarre neuuun und wahrscheinlich cooler als unsere und sie zerstört die Brücke gerade wieder die ich aufgebaut habe ok sie ist angepisst ja und sie verpisst sich wieder angepisst und verpisst oh je dann muss ich die Brücke halt nochmal neu aufbauen Mist und wieder und wieder und wieder und wieder noch dann und wieder schwarzen Tränen nein 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 das kriege ich schon hin aber dafür brauche ich etwa 5000 kubik klafter Baumaterial Öhm was na schon klar es gibt nur einen Ort wo wir so viel finden und zwar in Blayhench also los worauf warten wir noch Ok, nach Bladehenge soll ich jetzt wieder anscheinend. Ok, dann gucken wir mal. Wie weit ist das? Ach du Scheiße, da fahr' ich ja morgen noch. Ich sag ja, die wissen echt nicht, was sie wollen. Verdein, verdurten, meh, weh, 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 weh. Äh, ich kann's nicht mal genau sagen, wo ich in Form muss, weil ich's nicht genau sehen kann. Das ist schon mal gut. Ich glaub aber, das müsste der Weg sein. Ich muss halt regelmäßig auf die Karte gucken. Ja, das ist so. Ok, dann fahren wir mal durch. Brumm, 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 ich bin ein Auto. Mit was tanken die eigentlich ihre Autos? Hm, mit Füßen. Ah, wollte gerade sein, ich hab da noch nie ne Tankstelle gesehen. Das wird für immer ein trauriger Ort sein. Ah, ok. Ich bin jetzt an der Stelle, an der wir vorhin durchgefahren sind, wo alles einstürzt. Schon wieder? Ja, da muss ich grad kurz einmal durchfahren. Um dort hinzukommen, wo ich hin muss. Mannschaft genießen. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall muss ich noch Kehle. Oh, überall bleibt man hängen. Seine Entschuldigung dafür, dass er fährt wie ein Henker. Wir haben echt merkwürdiges Wetter. Nicole hat das Land verseucht. Ok, das komplette Landesverseucht. Hm. Wir durften Bladehenge nicht schutzlos zurücklassen. Das waren die nicht. Etwas auch immer. Das ist doch mal ehrlich, wie lange waren wir weg? So. Ich muss jetzt ganz schnell dorthin fahren. Aber die Stadt anscheinend... Da, ich sag... Ok, ich bin tot. Brrrr. Brrrr. Aaah. Christoph. Waaman s Carnegie! Dort. Vielen Dank.